Ja, stimmt. Wir müssen ja bestätigen, dass wir einfach sagen, dass es aufgenommen wird. Ach so, müssen wir da hin. Wofür sind denn diese Aufnahmen? Warte mal, jetzt ist bei mir alles abgestürzt. Die Aufnahmen, das ist einfach eine Trainingsaufnahme. Dann kann sich jeder das nochmal angucken, der nicht dabei war. Ich erkläre das gleich nochmal jetzt. Jetzt ist mir aber leider irgendwie das abgeraucht. So, jetzt bin ich wieder da. Alles klar. Also wir sind, normalerweise steht in der Ausschreibung, dass das aufgezeichnet wird. Es wird aber nur die Sprecheransicht aufgezeichnet. Also ich jetzt oder Olli oder Christopher, nicht die Teilnehmer. Das heißt also, die Teilnehmer werden nicht aufgezeichnet, sodass da nicht irgendwie datenschutzmäßig oder Persönlichkeitsrechte. Und das gezeigt wird, das Ganze dann auf dem YouTube-Kanal von Olli. Und da kann man sich das angucken. Aber nächstes Mal schreiben wir es in die Ausschreibung detailliert rein, sodass jeder Bescheid weiß. Und falls jemand überhaupt gar nicht da auftauchen will mit dem Bild, muss er sich eben stumm schalten. Aber dann kann man ihn auch nicht korrigieren. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Anfang der ersten Einheiten ein bisschen zu theorielastig war mit Gucken und Nicht-Machen. Deswegen werden wir das ein bisschen besser mixen und erst mal erklären, dann machen und dann nochmal erklären und so weiter. Die Katte heißt Kanku Dai, Kanku heißt dem Himmelsschau. Das ist so der Anfang der Katte, wird damit wiedergespiegelt. Im Yoi wird, anders als in anderen Katte, die Hände einfach nur zusammengeführt. Der Blick geht geradeaus, die Hände gehen hoch. Ihr schaut durch die Hände durch. Wenn ihr da durchschaut, dann folgt ihr dem Blick etwa bis zum Himmel und reißt dann die Hände nach hinten. Hai Shuruke nach hinten und dann einfach entspannt zusammenführen. Ob die rechte Hand in der linken oder die linke in der rechten ist, ist egal. Man kann das erklären, aber macht das einfach so, wie ihr das fühlt. Dann ohne weitere Ausflugbewegungen nach links Abwehr mit Hai Shuruke. Und nach rechts das Gleiche. Den Kutsu Dai Chi. Dann die Füße schulterbreit zusammen. Tati Shuruke. Zuki. Dann die fortgeschrittenen Hunde an der Schulter aus. Ushuruke. Zuki. Wer die Katte erst lernt, der Hund besser unter dem Arm aus, weil er dann besser mit Hikite arbeiten kann. Dann kommt der Yokogiri. Genau wie in der zweiten Hände herniedern. Fuß unter den Schwerpunkt. Yokogiri Ura Ken. Absetzen mit Stukke. Und noch ein Stukke. Und noch ein Stukke. Und wieder herniedern. Nukite mit Kial. Ich drehe mich jetzt, sodass man die nächste Bewegung von der Seite sieht. Also nach hinten. Die linke Hand nimmt den Angriff auf. Die rechte geht so ähnlich wie in der vierten Katte in der Nähe des Kopfes. Um Stukke zu machen. Das ist kein Agoke, sondern ein Nagashi Uke. Also eine Ablenkbewegung. Dann folgt der Maigiri. Erst den Fuß zurück. Dann ausholen. Und dann absetzen mit Manji Uke. Eintauchen mit Nukite. Und so drei Viertel zurückziehen langsam. Also die Füße sind in Renu Jidachi. Dann wieder. Yinkan geht hoch. Rechts Stukke. Oder Stukke. Je nachdem, ob das Ablösen Angriff. Maigiri. Ausholen. Manji Uke. Eintauchen. Aufstehen. Nach links. Ich drehe mich mal wieder. Yokogiri. Empty. Rechts. Yokogiri. Empty. Dann Stukke. 45 Grad. Stukke. Wieder zurück. Stukke. Das sind ja alles Grundtechniken. Deswegen sind ja keine großen Erklärungen. Und wieder 45 Grad. Und wieder. Mit der linken Hand den Angriff aufnehmen. Mit rechts Stukke. Nach dem Maigiri nach vorne absetzen. Also Maigiri mit Udaken absetzen. Kosadachi. Ja, Kreuzstellung. Zurückrutschen mit Udjuku. Im Stand Doppelzuki. Ich drehe mich wieder. Jetzt einfach nur die Faust und das Knie in den Gegner reinrammen. Runtergehen. Als Abwehr oder einfach als Reaktion. Und am Boden wenden zum Gedernstuk. Und Schritt vor. Gedernstuk. Ich drehe mich mal so rum. Also wenn die Kater lernen will, dann muss man gleich aufpassen. Dann nehme ich welche ohne die Drehung. Dann. Wendung. Uchiluke. Senkutsudachi. Yakisuki. Wendung. Uchiluke. Doppelzuki. Rennzuki. Yakuoizuki. Den Fuß unter den Schwerpunkt setzen. Wieder Yokogiri. Absetzen mit Stukke. In der dritten Kater. Nukite. In der dritten Kater geht die Hand hinter den Rücken. In der Kankodai hinter den Kopf. Auf der Stelle, also auf dem vorderen Fuß wenden. Absetzen mit Kibadachi. Absetzen. Kibadachi. Am besten Uchiluke machen. Man könnte auch Uraken machen. Das ist auch die gleiche Endposition. und ohne große Ausruhbewegung. Tetsui. Empi. Empi. Koshikamai. Yidambara. Empi. Koshikamai. Yidambara. Dann Fuß und Hand gleichzeitig hoch. und den Gegner abwehren. Abwehren. Rechne Hand ist oben. Linken Hand ist unten. Ich erkläre das immer wie so eine Ziehharmonika, die man einfach auseinandergezogen hat. Dann runterstoßen. Die Füße rutschen etwas zusammen. Jordan Adbeer mit offenen Händen. Der rechte Fuß ist der Drehpunkt. Dreh. Und am Ende an die Brust ziehen. Dann kommt ein Maitubigiri. Oder Nidangiri. Je nachdem, wie das ausführt. Also ein Sprung. Maigiri. Und im Absetzen Uraken. Der Kyaise Maigiri. Also Kyaise Maigiri. Also Kyaise und Uraken. Der vorderen Fuß ist der Drehpunkt. Um den Fuß herum. In Kyaise. Die rechte Hand nimmt nochmal ein Maitubigiri auf. Der linke Fuß geht heran. Und dabei gehen die Hände hoch. Gehen die Hände hoch. Nidangiri. Okay. Ich würde jetzt Fragen beantworten. Bitte nicht zu viel. Ansonsten gebe ich Kommando. Alle machen dann die Cutter. Und dann. Warte mal. Das brauchen wir nicht. Und dann. Gucken wir weiter. Dann kann ich Bunkai machen. Oder so. Also. Habt ihr Fragen? Müsst ihr eurem Grupp? Ja. Laut bitte. Ja. Es geht eher um eine organisatorische Frage. Soll ich jetzt einen der Schüler in den Fokus nehmen? Wegen der Cutter zum Gucken? Weil du bist ja jetzt quasi im Fokus. Aber eigentlich zeigst du ja gerade nichts. Ja. Also wenn du das jedes Mal machen willst. Wenn einer mich anspricht. Aber das ist relativ. Wenn du jetzt Kommandos gehst. Ich würde jetzt Christopher in den Fokus nehmen. Während du Kommandos gehst. Das hatte ich auch so gedacht. Das hatte ich befürchtet. Ja. Aber nett, dass Olli dich vorgeschlagen hat. Ja. Gut. Also jetzt bin ich offen für Fragen. Wenn keine Fragen sind, dann würde ich mit Kommandos arbeiten. Ihr guckt dabei auf den Sprecher. Das ist dann Christopher. Und wenn ihr dann während des Ausübens, da sind ja genug Pausen, oder ich korrigiere Leute, die es eventuell nicht so gut gemacht haben, dass sie dann wieder zurückgehen in den Schritt, dann könnt ihr natürlich immer noch fragen. Soll ich die Cutter normal machen oder jeweils nach vorne drehen? Nein, mach sie bitte mal normal. Dass sie einmal den Ablauf haben. Also dass sie nicht diese Demonstrationsdrehungen, die ich gemacht habe. Sonst verwirrt das ja für die Leute, die die Cutter nicht können. Und die Cutter, die die Cutter können, können die auch von hinten interpretieren. Okay. Wenn keine Fragen sind, fangen wir einfach an. Füße zusammen. Re. Yo. Kanku Dai. Kanku Dai. Yo. Ich. Heben bis zum Gesicht und dann auseinander. Nee. Und zahnen. Und einfach weiterführen. Wie gesagt, keine große Ausfuhrbewegung. Hei Schuhe nach links. Ich. Nee. Diese kleinen Bewegungen, die haben natürlich drei Elemente. Erstens die Arbeitshand. Zweitens die Hiki-Tee-Hand. Also die, die am Bauch ist. Und drittens der Hintern. Ja. Also geht nochmal zurück in die Ausgangsstellung vorher. Also die Hände zusammen. Dann hochheben. Eins. Hoch. Und jetzt, wie gesagt, die beiden Hände und den Hintern. Eins. Und jetzt könnt ihr entspannt sein. Zwei. Und die nächste Bewegung bis in den Hintern reinbringen. Etsch. Ja. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Nee. Und jetzt entspannt euch wieder. Zahn. Füße schulterbreit zusammen. Gleichzeitig Tarte Stoke. Bisschen mehr unter dem Arm. Stefanie. Dann Zucki. Eins. Utschi. Zwei. Schön die Hüfte dabei einsetzen. Eins. Noch ein bisschen mehr Kimme, Frank. Zwei. Gut. Und Blickwendung ausholen. Jokogiri. Etsch. Blickwendung ausholen. Jokogiri. Ja. Da ihr ja vor dem Jokogiri schulterbreit steht, solltet ihr das linke Bein nicht bis an den rechten heransetzen, sondern nur unter den Schwerpunkt. Dann Stoke. Schön früh ausholen, Olli. Nee. Und Nukite senkt zu der Chikiai. San. Nee. Okay. Wie gesagt, mit der linken Hand nehmt ihr den Gegner auf. Rechts Stochi zur Halsschlagader. Ich. Die Wendung. Bei der nächsten Technik bitte den Maigiri erst zurückziehen. Dann im Stand auf einem Bein praktisch die Drehung machen und dann das Absetzen. In einem Kommando natürlich. Etsch. Maigiri. Zurück. Ausholen. Und absetzen. Gut. Nee, nee. Wir sind immer noch mit Manji Uke. Imke. Okay. Jetzt kommt das Aufstehen. Nee. Ja, genau. Erst ausholen. Dann aufstehen. Und wieder herein mit dem Stochi. Etsch. Links vor. Ja, schön die Hüfte einsetzen. Nee. Maigiri. Wendung. Uchi Uke. Eintauchen. Nukite. Nee. Und jetzt schön langsam zahen. Hochziehen. Spannung aufbauen für den Yokogiri. Ich. Yokogiri. MP. Deutlich absetzen. Nee. Zur anderen Seite. Und schön aus dieser Stellung heraus, ohne Ausprobierung, einfach um die eigene Achse herumfetzen zum Stochi. Etsch. Patsch. 45. Nee. Steffi, du hast dich falsch rumgedreht. Jo. Und noch ein weiter, Steffi. Und zurück. San. Shi. Und jetzt kommt wieder die Abwehr Stochi. Also die Abwehr Nagashi und Stochi. Etsch. Wartet am besten immer aufs Kommando, sonst habt ihr plötzlich zwei Kommandos. Jetzt kommt der Maigiri. Aber absetzen vorwärts mit Uraken. Nee. Maigiri mit Uraken absetzen. Zurückrutscht Nutschduke. Eins. Doppelzucki Shigo. Jetzt einfach Knie und Faust nach hinten in das Gesicht des Angreifers rammen. Nee. Anschließend fallt ihr um. Jetzt bleibt ihr tief zum Gedan Stochi. Etsch. Schön tief bleiben. Die rechte, vordere Hand ziemlich weit nach vorne, dass sie so über den Körper hinausragt. Gut. Stochi. Nee. Bei der nächsten Kommando nur den Utschiduke machen. Nicht Utschiduke Giacosuki, damit der Doppelzucki danach nicht irgendwie so verschwimmt. Also Utschiduke eins. Yaku zwei. Wendung eins. Doppelzucki zwei. Zwei, drei. Papp, papp. Jetzt den Fuß unter den Schwerpunkt, nicht an den Vorderfuß heran. Unter den Schwerpunkt zum Yokogiri. Etsch heran. Yokogiri. Absetzen mit Stochi. Utschiduke. Dann direkt Nukite. Nee. Um die eigene Achse wenden. Am Ende Kibadachi Utschiduke. San. Wie gesagt, ob ihr mit dieser Technik Utschiduke macht oder Urasuki. Das ist eine Frage der Bunkai, aber die Endposition ist die gleiche. Aus dem Ellbogen heraus reinrutschen mit Tetsui. Nee. Einfach ein bisschen reinrutschen. Dann MP1. Hüfte zwei. Geh dann drei. Jetzt gleich den linken Fuß und den linken Arm gleich beide hoch. Und dann geht der linke Arm unter den Maigiri runter. Etsch hoch und runter den Maigiri. So eine Tsukuyuki nennt sich das Ding. Dann von oben Stoß aufs Schienbein. Nee. Ob ihr da den rechten Arm oben oder unten habt, ist eine Frage, wie ihr denkt. Also ich habe immer den rechten Arm oben, weil ich ja links den Maigiri drin habe. Frank, du stößt jetzt unter den Maigiri. Ja. Genau. So mache ich das, weil du ja links den Maigiri hast und würdest du aufs Schienbein stoßen. Und dann beide Arme hochrutschen. Nee. Etwas zusammenrutschen. Der rechte Fuß ist der Drehpunkt. Nee. Herumdrehen. An die Brust ziehen. Fäuste. Mai, Tobigiri, Uraken absetzen mit Kyae. Mai, Giri, Shi, Mai, Kyae und Uraken. Jetzt schön tief, soweit sind wir noch nicht, Torben. Jetzt schön tief bleiben bei der Wendung. Etch herum. Mai, Giri, ausruhen mit dem rechten Arm. Weiter rum, Frank. Genau. Rum in den Kibadachi. Rum in den Kibadachi. Ja. Und dann mit dem Heben der Arme den linken Fuß heran. Shi. Linker Fuß. Genau. Und einfach ganz geschmeidig, ganz harmonisch die Endbewegung. Re. Super. Wenn ihr jetzt keine Fragen habt, dann würden wir das Ganze nochmal machen, dann aber ohne so viel Erklärung, also etwas mehr im Rhythmus. Gut, dann gehen wir hin. Also jetzt erkläre ich nicht mehr. Jetzt versuche ich den Rhythmus zu machen. Ich mache natürlich etwas langsamer als normal, weil man ja immer erstmal auf mein Kommando hören muss. Okay, Füße zusammen. Re. Yo. Kankudai. Kankudai. Yo. Ich. Bis ganz nach oben. Ni. Sa. Shigo. Bro. Schön langsam. Shui. Shui. Chach. Ku. Juh. Ich. Ni. San. Shikyai. Ich. Ni. San. Shi. Ich. Ichi, Ni, San, Shi, Yokogiri, Ichi, Ni, Stoke, Ichi, Ni, kleine Pause, San, Shi, da müsst ihr mal so ein bisschen rhythmisch unterbrechen. Ichi, Ni, schön lang rein, San, zurück, Shi, Go, Ichi, schön tief landen, so wie es geht und tief die Wendung, Ni, geht an Stoke, Stoke, San, Uchi, Duke, Ichi, Ni, Ichi, San, Fuß untersetzen, Yokogiri, Ichi, Nukite, Ni, wie in der dritten Kater wenden, San, Shi, jawohl, wir sind im Tetsui, Dann Empi, Ichi, Ni, San, Shi, Go, runter mit der Hüfte, Shi, wieder hoch die Hüfte, Hartz, geschmeidig, Heron, Shi, und der Kiai. Also Wendung in den Kibadachi und dann erst die Aufstehbewegung, Ichi, Wendung um den Fuß, Kibadachi, rechter Arm ist außen und dann linke Fuß heran, richtig, Frank, sehr schön. Ja, das ging gut. Hat noch jemand eine Frage, Bunkai, Erklärung oder sowas? Sind Sie, ich hätte eine Frage. Ja. Ich bin quasi in der letzten Passage, wo ich das gemacht habe, ja? Jetzt gehe ich da vorwärts, Maigiri, Udaken. Ja. Habe ich dort genauso wie bei der Herrn Jongdan mit der Hand hier oben eine Blockbewegung? Also, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung, würde ich einfach so machen, weil das eine natürliche Bewegung ist. Müsste ich nachgucken, ob man die explizit macht oder ob es einfach nur im Verlauf der Bewegung ist. Prost. Christopher, weißt du mehr? Entschuldigung, ich war mit meinen Video-Einstellungen, was war die Frage, Entschuldigung? Ob man bei diesem Maigiri Uraken, ja? Ob man da mit der linken Hand auch den Otoshi Uke macht? Ja. Gut. Also, grundsätzlich ja. Ich mache den, aber... Ja, diese Abwärter. Ich mache den, aber das mag in grauer Vorzeit irgendwann mal so reingekommen sein. Also, Olli, selbe Antwort wie eben. Wir machen das. Ich überprüfe das mal, ob es vorgeschrieben ist. Nein. Noch eine Frage. Frank, hör auf zu lachen über mich. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Der zweite Nuki-Til. Und dann in die Drehung. Ich habe das so gemacht, dass ich den Arm nur so hoch habe. Und dann die Bände. Hast du irgendwann den Arm... Passiert das bei der Drehung? Ja. Also, du musst dir das von der Bunker erklären. Der Gegner hält dich doch fest. Deswegen machst du die Armbewegung. Ja. Wenn du den Arm da vorne... Also, ich gehe mal ins Bild. Ich kann auch was machen, wenn du sagst, was... Ja, also, Christopher, geh mal in den Nuki-Tee. Seitlich. Seitlich. So. Jetzt nimm mal den Arm nur senkrecht nach oben, nicht hinter den Kopf. Ja, wenn er jetzt sich dreht, dann hat er den Griff nicht richtig gelöst. Also, du musst dir überlegen, dass die Hand da hingeht und du mit dem Kopf hinter die Hand gehst. So etwa. Ist das erklärbar? Ja. Also, von der Bewegung her würde ich die Hand zum Kopf ziehen. Das geht aber dadurch, dass der Körper der Hand entgegen geht, sowieso automatisch. Aber ich würde die nicht da senkrecht im Raum stehen lassen. Okay. Dann ist es auch so, dass man sie dreht. Ja, ja. Also, du drehst sie so hinter den Kopf, genau. Und dabei kommt sie eben automatisch hinter den Kopf. Prost. Danke. Noch eine Frage. Keine mehr. Dann würde ich sagen, wir machen einmal die Cutter jeder für sich alleine. Ich gucke mir das an, korrigiere eventuell hinterher noch. Also bitte, es geht da immer wirklich darum, dass ihr selber euer Tempo auch geht. Dann machen wir zwei Minuten Pause und dann wechseln wir zu uns zu. Okay, Füße zusammen. Dreh. Kankudai. Kankudai. Hajime. Okay. 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 Frank, du müsstest mal dein Mikro aufschalten. Mein Mikro ist aus. Dein Mikro ist noch aus. Wer könnte dich korrigieren? Christopher, Olli, Sandra? Denkst du nach oder was? Mein Mikro ist ausgewiesen. Ja. Wer würde dich korrigieren? Hallo, Antwort. Was ist die Frage? Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja. Wer korrigiert dich? Wem soll ich Tipps geben? Ich glaube, Frank trainiert meistens alleine. Ja, das ist nicht gut. Also Frank, deine Kankodai ist nicht harmonisch. Deine typischen Ausgleichs-Einschwung-Bewegungen sind da sehr gut zu sehen. Und das müsste jemand vor Ort wirklich korrigieren. Also selbst wenn du mir ein Video von dir zeigst, kann ich dir nur dasselbe sagen wie jetzt auch. Da sind laufend so kleine Einschwung-Bewegungen oder sowas. Oder wie du ja weißt, beim Jokogiri geht die Hickite Hand von der Hüfte weg, anstatt dass sie da dran und solche Sachen. Nichts Dramatisches, aber du wirkst nicht geschmeidig, sondern ruckhaft. Ja, du, das ist kein Wunder heute. Ich kann den Kopf nicht bewegen. Ah, ja, das muss man mir natürlich vorher sagen. Guck mal, der geht bloß bis hier. Mehr geht nicht heute. Okay, also gut. Dann erklärt sich das. Also falls jemand Frank mal korrigiert, geht auf Harmonie. Ja, gut. Gut, wenn ihr keine Fragen habt. Hallo Olli und hallo Stefan. Stefan, Stefan hast du, wieso hast du eine Mütze auf? Zieh mal die Mütze im Training ab. Gut, danke. Also ich würde jetzt Pause machen, so zwei, drei Minuten und dann geht's los mit Vorbereitung der Unzu durch Christopher. Habt ihr eine Frage? Gut, Kankodai abgeschlossen. Dankeschön. Pause, zwei Minuten. Christopher fängt selbstständig an mit Unzu. Ich gucke mir das ja an und übernehme dann eine halbe Stunde später. Ich bin nicht schon erschrocken. Das ist ja, ui. Ja, ui. Im Kontinent. Herrlich. Wollt ihr ihn ja mal? Du müsst wahrscheinlich wieder in den Dienstag eingestiegen oder was? Ja, da ist gut weg. Na, es regnet mir draußen. Oliver und Stefan, glaube ich. Na, ihr habt euer Mikro an. Feind hört mal. Aha. Das ist doch super. Ein bisschen Unterhaltung. Ja, super. Hi, grüß dich. Hi, Stefan. ann. Wollt ihr euch the美味aval? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also könnte man, man könnte eventuell sagen, das eine ist Otoshi, das andere ist Ura Otoshi, um einfach die Rückseite der Hand anzusprechen, aber ich benutze bei beiden immer nur den Begriff Otoshi. Danke. Manche machen Block nach unten ziehen, manche machen einen großen Kreis, kleinen Kreis, ja, egal. So fortgeschritten, aber von hier ranziehen, eins. Okay? Gut. Das machen wir gar nicht groß. Ich habe den Fuß nur einmal gezeigt. Dann fangen wir an mit Nekwashi-Dachi vorwärts gehen. Erstmal nur die Füße. Ich zeige das mal kurz. Also ich mache das so, ich weiß, da gibt es auch immer verschiedene Varianten. Ich ziehe einen Fuß so, ihr guckt von unten drauf, ja. Der andere Fuß geht in der Linie an dem Fuß vorbei und zieht aus der Hüfte hinein in Nekwashi-Dachi. Dann geht der Fuß, ja. Dann geht der Fuß raus, der andere zieht vorbei und dadurch, dass ich die Hüfte zurückziehe, ich muss eigentlich gar nichts machen mit dem Fuß, die Hüfte zurückziehe, zieht der Fuß so rein. Okay? Abstand zwischen den Füßen, da gibt es dann verschiedene Varianten zwischen gar keinen bis hin zu einer Fußlänge. Also im Zweifelsfall macht eine Faustbreite Abstand. Dazwischen dann seit der Sorge mit den meisten Varianten auf der sichre Seite. Wir machen das einfach, ja. Also einmal stellen wir uns einmal vor ein Nekwashi-Dachi. Zeig es einmal von der Seite, ja. So, ich mache relativ groß, mache ich gleich, ja. Und wichtig bei Nekwashi-Dachi, Gewicht links, äh hinten und Spannung innen, ja. Also nicht so, dass man eine Schweineherde durchtreiben kann, sondern der eine Fuß nach außen, der andere nach vorne und dann aber hier Unterleib schützen. Okay, jetzt setzt der Fuß 45 Grad ab, diagonal entlang und jetzt einfach nur aus der Hüfte hier ziehen, ja. Dann macht er automatisch einen Bogen, das geht nicht anders, ne. Dann wieder absetzen, diagonal nach vorne schieben, ohne die Hüfte aufzulösen, also nur so weit es eben geht und halbkreisförmig aus der Hüfte zurückziehen. Okay, jetzt vor, ja. Absetzen, vor, rüber. Okay, einfach nur ein paar Mal machen, ja. Ich schaue mal, so selbstständig eine Minute und ich gucke mal, ob ich da was erkennen kann. Ist auf der Aufnahme dann mein blödes Gesicht mit Brille drauf, ne. Egal. Okay, jetzt eine gewisse Oberkörperspannung darfst du trotz allem behalten. Nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Genau, und wichtig ist, Gleichgewicht dabei schön in der Mitte immer auf dem einen Fuß mittig stehen, dann verlagern, vorgehen. Okay, also meine, es gibt natürlich auch Leute, die einen größeren Kreis machen, da muss man ein bisschen aus der Hüfte steuern. Mir persönlich ist das zu unruhig, ja. Aber gut. Das andere ist eigentlich, also meine Idee ist in der Bunker am anderen Fuß vorbei und den eigentlich zu mir hinziehen. Ja, deswegen mache ich das so. Gibt sicher andere Varianten. Okay, wir machen einmal die Bewegung dazu. Jetzt bitte. So. Keine Pistolen, ja. Nicht immer das. Ja, so oder so. Das heißt, das... In dem zweiten Gelenk, ich weiß nicht, wo man zählt, ja. Wenn die Finger abgeknickt. Also im Grunde so wie das hier, ja. Tejo, wenn man das macht. Und einfach nur den Zeigefinger strecken. Okay. So, das geht sogar mit krummen Fingern, ja. Von der Seite so. Das heißt, das hier ist auch eine Linie. Also bitte nicht sowas machen. Das sieht man immer wieder. Das sieht so schlimm aus. Okay, ja. So. Also denkt euch eher von der Idee, das, ja. Tejo, bam. Und dann einfach einen Finger strecken. Okay, dann die Bewegung nach unten. Ja, überwiegend aus dem Handgelenk, aus dem Ellbogengelenk nach unten, ja. Und nach innen. Ja, ich mache es ein bisschen nach vorne, weil die Idee ist, der fällt vorne und da kriegt er rein. Aber bitte nicht zu viel, ja. Ja, okay. Einfach nur mal im Wechsel, ja. Eins, zwei. Und das Handgelenk anwinkeln, ja. Also von hier nicht so. Sieht man leider auch immer wieder, ja. Sondern so. Und dann kommt das. Das im Wechsel. Und locker, ja. Immer schnell, locker, ja. Spannung nur unten. Also super Übung. Um so locker, schnell sich zu bewegen mit nur Spannung am Ende. Okay. Okay, mal machen. Ich schaue wieder. Ja. Okay, schaut mal trotzdem aufrecht den Oberkörper, ne. Nicht so. Und auch nicht so nah dran, ne. Sie sehen viele jetzt so aus. Also ich stehe gerade, ja, hier. Und die, der Arm ist wie Hutsche-Luke. Also eine Faustpreis hier, auch Platz, ja. Nicht so. 90 Grad, das. Okay. Gut. Jawohl, ja. Also nicht zu eng am Körper und gerade aufrecht stehen, das Ganze. Und den Kopf nach oben strecken, Essie und Klaus, ne. Jawohl. Okay. Mal die nächste. Ich darf jetzt ein bisschen anfangen anzustrengen. Jetzt muss man das wieder sehen. Okay. Die nächste Bewegung ist im Grunde von, hier geht's los, ja. Ist aber jetzt auch mal egal. Wir gehen nach links. Tarte Struke, ja. Stellung ist so. Furudachi. Offen. Tarte Struke heißt, genau wie am Anfang, ja. Für mich ist das keine Stoße nach außen, sondern seitlich. Also wie Struke, nur mit gestrecktem Arm. Tarte Struke, ja. Das. Das Gleiche jetzt hier. Da. Also wie Struke, nur gestreckt. Okay. Und Furudachi. Dann Yakisuki. Wir machen die Tarte Struke erstmal langsam, ja. Jetzt einfach 180 Grad drehen. An der Schulter ausrollen. Nur ein Arm bewegt sich. Außen. Okay. Yakisuki. Nie. Und jetzt 90 Grad. Also immer einmal 90, 180, 90, 180, ja. Nach vorne. Ich. Nie. Jetzt wieder 180 Grad. Ich. Nie. Und wir machen einfach so weiter. Jetzt wieder zur offenen Seite 90 Grad. Ich. Nie. Und 180. Ich. Nie. Und 90. Ich. Nie. Okay. Wer da noch nicht so übt ist, übt das langsam, ja. Also einfach immer ausholen. Yakisuki. 90 Grad. Ausholen. Yakisuki. Ja. 180 Grad. Und hier wieder 90 Grad. Aus. Wer es näher an der Karte haben will, die erste Bewegung ist schnell. Aber nicht, also vielleicht kurz beatmet, ja. Es ist ein ganz kurzes Kimmi. Es ist eigentlich mehr, fast eine Bewegung. Batsch, batsch, ja. Also nicht so hütt, hütt, wie man das so von den Herrenkatter kennt, sondern jetzt wirklich von hier, die Außerdrehung, hup, eins, zwei, ja. Schnell drehen, hup, eins, zwei. Schnell drehen, schnied. Nie. Okay? Also wir haben fortgeschritten, das probiert, das mal. Wir machen jetzt also immer selbstständig, wir fangen links an, eins, dann 180 Grad, dann 90 Grad, wieder 180, wieder 90 und immer so weiter, ja. Und ich schaue, was ich so entdecken kann. Na, 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 na. Okay, mal kurz, Jamme, mal schauen. Also, wenn ich die schnell mache, dann muss die auch schnell sein. Oder ich mache ihn lieber langsam, ja. Also, was ich meine ist, dann wieder mache ich eins, zwei, eins, zwei. Das ist aber die nicht so fortgeschrittene Version, ja. Oder ich mache, hopp, hopp, ja. Dann aber wirklich eins, zwei, eins, zwei. Schnell, ja. Wirklich aus der Drehung, hopp, rein, hopp, hinterher, ja. Und vor allem in der Bewegung schnell. Also schon stehen kurz und dann, ja. Und die Zeit, je besser ihr seid, desto kürzer steht ihr. Also nicht und nie so. Habe ich jetzt relativ viel gesehen, ne. Das ist einfach nur so, hopp, hopp. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, nicht Fisch, nicht Fleisch, ja. Also versucht dann lieber, den Jakesuki wirklich einmal kurz zu stehen. Vom Rhythmus her würde ich es steigern. Vom Rhythmus her, das könnt ihr dann jetzt auch nochmal probieren, ja. Ja, eins, zwei, drei, vier, ja. Das ist dann sozusagen ganz fortgeschritten. Okay, und irgendwo da müsst ihr euch einsortieren. Je nachdem, wie viel ihr noch sauber hinkriegt, ja. Okay, eine Minute noch einmal üben, Herr Jimmy. Schauen wir nochmal drüber. Aber explosiv den Tate Stuke auch, ne. Der muss auch richtig scheppern. Wenn man ihn schnell macht. Jawohl. Okay, yummy. Okay, also, wenn es mal gefudelt ist, mein Gott, das ist immer der, ne. Dafür üben wir ja. Also man muss ja auch irgendwo sich an der Grenze bewegen, sonst wird man ja nicht schneller. Ja, und dann ist man halt auch mal zu schnell. Und dann sieht es halt mal gefudelt aus. Ja? Okay. Nächste Bewegung machen wir eine kleine Vorübung zu dieser, mit der Drehung. Also man, Haidou-Uchi. Die Zeit habe ich noch, okay. Von da machen wir einfach nur Maigiri. Und jetzt im Stand, Sutuke und hinten absetzen, Yaku. Ja? Wir bleiben bei der Seite. Wir fangen mal mit rechts vorne an. Also, Giran-Barae, Haidou-Chi, Maigiri, oben lassen, Sutuke, absetzen, Yaku. Okay? Ich, Ni, San, Chi, Go. Und nochmal. Ich, Ni, San, Chi, Go. Und nochmal, Ich, Ni, San, Chi, Go. Okay, ein Kommando, ja? Knie bleibt immer oben. Ich. Ni. San. Chi. Und, Go. Okay, Beinwechsel, links vor. Giran-Barae, Haidou-Chi, Maigiri, Sutuke, im Stand einfach, Yaku-Suki absetzen. Zurück. Gedan-Barae, Haidou-Chi, Maigiri, Knie oben lassen, Sutuke, Yaku. Onich, Mi, San, Chi, Go. Onich, Mi, San, Chi, Go. Onich, Mi, San, Chi, Go. Ich, Nii, San, Chi, Go. Okay, I commando. Ich, Nii, San, Chi, Go. Hey Jan, und locker. Okay, macht mal einmal selbstständig drei pro Seite, so circa. Und ich gucke noch einmal und dann machen wir es einmal mit Drehung. Hey, Hajime. Okay. Okay, kurz, Jamme. Schaut mal, bei fast allen fällt das Knie runter. Und dann habt ihr nachher ein Problem in der Drehung. Also wenn das Knie runterfällt, dann stimmt die Drehachse nicht mehr und dann stolpert man so rein. Und dann wird es kein guter Jacke-Suki mehr. Also wenn ich nachher noch in der Karte mache ich ja eins, zwei, drei. Und wenn da das Knie, wenn ich nicht in der Position bin, dann wird das nichts mit dem Absetzen. Also fast alle haben jetzt sowas gemacht. Mai Gedi. Wo bin ich denn? Mai Gedi, ja. So. Denk an die Übung von Steffi beim Aufwärmen. Hier, ja. Das Knie bleibt, das Oberschenkel bleibt waagerecht. Und jetzt habe ich auch Power. Nochmal. Hachimel. Jawohl. Genau, richtig mit Sotoke Knie hoch, richtig kompakt bleiben und dann absetzen. Wie so ein wertvolles Ziehharmoniker gesagt, wie so eine Ziehharmoniker zusammen und bam auseinander. Gleiches Prinzip. Hier zusammen. Hopp, hopp und groß. Hier zusammen kommt groß. Okay. Bisschen haben wir noch. Das heißt, wir können den nochmal aus der Drehung machen. Dann haben wir es, glaube ich, schon mit den 20 Minuten. Okay. Jetzt müssen wir ihn erstmal wieder groß machen. Okay. Jetzt die Wendung in der Karte ist ja nicht ähnlich. Die Bewegung haben wir jetzt weggelassen. Die haben wir weggelassen. Okay. Schwer genug. Das soll man irgendwann machen. Okay. Okay. Von da. Haltung. Jetzt Maigiri. Oben lassen. Rum. Dann rum. Und da. Okay. Dann Wendung. Haltung. Maigiri. Jetzt oben lassen. Ja. Das. Ja. Ich mache es ein bisschen. Ich mache es mal von der Seite. Maigiri. Hier oben lassen. Ausholen. Kompakt. Und runter. Ja. Wendung. Rich. Wim. San. Chi. Okay. Wir machen mal immer die Wendung. Ich zähle. Und schaue. Also wir stehen vor. Diesen. Art Utschuke hier. Weil es gerade nicht wieder heißt. Nach der. Fangen wir an mit rechts Vorstehmer. Links Heito. Und dann mit Drehung. Ich. Nee. Maigiri. Rum. San. Okay. Erste Kommando. Das war kein Kommando. Nur japanische Zahlen sind Kommando. Der Rest ist Erklärung. Also. Kommando Ich wird. Also. Erste Kommando. Heito. Zweite Kommando. Sotoke. Dritte Kommando. Yakisuki. Nochmal. Rechts vor. Hey. Ich. Heito. Nee. Maigiri. San. Rum. Ci. Absetzen. Jawohl. Nochmal. Ich. Nee. San. Kompakt. Ci. Vier Kommando. Ne. Habe ich mir einen verzählt. On. Ich. Nee. San. Rum. Aus der Hüfte. Jawohl. Ci. Ah. Ah. Prima. Sieht doch schon besser aus. Okay. Macht mal einfach ein paar Stück auf eigenes Timing. Ja. Ich mache auch mit. Wer will, kann zugucken. Aber nicht viel schneller werden. Schön akzentuiert, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und seitlich. ich. Okay. Und jamme. so. Ja. Ja, haben wir die 20 Minuten schon, ne? Dann verschnaufen wir kurz und dann gebe ich wieder ab. Oder habe ich mehr? Ja. Wie du willst. Ich kann jetzt übernehmen. Ja. Wenn du noch was hast. Man kann ja stundenlang Passagen machen. Da ist ja. Ja, also laut Plan wären das 30 Minuten, aber ich kann. Ja, dann mache ich weiter. Ja, ja, dann mache ich weiter. Das war noch 10 Minuten, weil ich schalte gerade das andere Ding dabei. Ja, hi. Okay, dann kurz lockern. Okay, wir machen. Dann machen wir ruhig mal eine Passage. Okay, also nach dem letzten Jacke-Suki ist hier wieder ranziehen, wie am Anfang. Ob ihr jetzt einen großen Kreis macht oder ob ihr einfach nur ranzieht und runter, da ist mir persönlich Piepenhagen. Ich muss noch gucken, dass ich richtig stehe. Okay, genau, links vor. Ja, also stehen links vor, Jacke-Suki, also rechts Jacke-Suki, linke Beine vor und ziehen ran. Ja. Jetzt 45 Grad, der Fuß geht weg, Gewicht bleibt links und der linke Arm geht so ein bisschen diagonal nach oben. So eine Art Kasekamai, wer das kennt, ja. Okay, jetzt gehe ich vor, Arm wechseln und nach unten, ja. So, zu dem Schlag. Letztens auch, mache ich auch mal gerne falsch. Also kein Suki, sondern ein Uke-Suki. Das heißt, also ich weiß nicht, ich meine Uke-Suki wäre richtig, ansonsten würde Zenzi gleich reinspringen. Ja, ist richtig. Ja, von der Idee, also nicht wie Gedanbarai, Gedanbarai wäre ja wie Tetsui, so, ja. Ähnliche Bewegung, aber am Schluss ein bisschen reingedrückt, das heißt, ich treffe hier, ja. Okay, das ist die Bewegung, also von hier, ich mache mal so diagonal, eins, zwei, der Uke-Suki. Okay, und dann einfach nur auf der Stelle drehen. Eins, zwei. Okay? Machen wir nur die Passage. Also links vor. Dann Zenzi. Ausholen. Nehmen. Gewicht bleibt am rechten Bein. Wechsel hoch und runter. Und den Stand wechseln. Eins, zwei. Zeig mal deine Füße dabei. Bitte? Zeig mal deine Füße dabei bei der Drehung. Ja, 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 ja. Genau, haben wir mit Olli auch gehabt. Die Kamera verzieht ein bisschen, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich versuche das mal anhand der Matten zu zeigen. Was nämlich wichtig ist, guckt mal nur die Füße. Ich stehe mal hier auf dem Scheitelpunkt, ja. Ja, also von hier, eins, ja, gehe ich genau 45 Grad. Und ich stehe auch, das sieht man jetzt auch mit der Perspektive schlecht, aber ich stehe hier genau 45 Grad auf einer Linie, drehe und drehe auf der Stelle. Und jetzt muss ich den linken Fuß auch nur noch ein kleines Stück umsetzen, um wieder einen Tartesstufen richtig zu stehen, ja. Und das Problem, was ich sehr oft sehe, ist, dass man hier, jetzt schaut, da stehe ich nicht ganz in der Linie, ne, stehe ich nämlich nicht 45 Grad, sondern nur wie 60 oder 30, je nachdem, wo man misst. Und wenn ich jetzt drehe, ist das. Und jetzt muss ich ganz, ganz, ganz weit rumsetzen, dass ich hier in einem vernünftigen Senks- oder Schiebreite stehe. Frage beantwortet soweit. Frank? Okay. Dein Widerspruch ist Zuspruch, ne? Ich denke, es ist klar geworden. Okay, danke schön. Also dann machen, ja. Von hier, linke Beine vor, ich ranziehen, ausholen, nie, sechsel, san, vor, schie, go. und dann drehen wir uns dann noch wieder rum in den Jackesicht. Ich, ni, san, schie, go. So. Und wieder nach vorne. Ich, ni, san, schie, go. und wieder so. Okay, jeder so fünfmal, Hajime. Christopher? Ja? Ich denke, du brichst dann da ab. Hi. So in einer Minute oder sowas, weil sonst hast du die Karte durchgemacht und dann und so weiter. Ja, 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 ja. Genau, dann, ich fand das auch sehr schön. Da ist vieles in Ruhe vorbereitet worden, was ich jetzt relativ kurz angehe. Du kannst dann die Bunkai und die Feinheiten. Ja, einfach mal den zweiten Teil der Karte und nochmal was unteren Fragen und so weiter. Also du würdest jetzt, wenn die soweit mit den Übungen, die du dir angeguckt hast, fertig bist, dann einfach übergeben und dann. Ja, ja, mache ich. Ich sage noch einen Kommentar. Mache ich noch? Gerne. Ich kann nicht anders. Okay, jamme. Reicht auch. Also wie gesagt, das Wichtigste ist, jetzt schaut mal in der geraden Linie, wenn ich hier vorgegangen bin, dass ich wirklich auf der Stelle diese Drehung mache, ja. Und wenn ich jetzt die, vor dem Kiai die stelle, ja, die, muss ich ja schon, muss ich wieder hüftbreit stehen, den Futodachi, okay. Und wenn ich vorher den Winkel schlecht habe, dann stehe ich so. Dann muss ich jetzt hier gar ein Zwei drüber. Und das macht eigentlich keiner. Das heißt, die meisten haben das Problem, die sitzen dann hier um, stehen viel zu schmal und das hier geht irgendwie von der Hüfte nicht, ja. Also achtet darauf, dass ihr hier auf einer Linie steht, ja. Und dann könnt ihr ganz normal eine Wendung machen, dann steht ihr auch hier genau richtig im Futodachi. Im Zweifelsfall, malt euch Linien auf oder legt einen Gürtel hin. Oder so. Weil das sieht man ganz oft, dass das falsch ist. Okay, vielen Dank. Ich übergebe. Ja, Dankeschön. Dankeschön, Christopher. Hervorragend. Also, du bist viel kleiner, penibler in diesen Übungen. Ich mache das ja mal so im Großen, aber das ist eine sehr schöne Vorbereitung. Also, wir fangen einfach an bis zu dieser Stelle, wo Christopher aufgehört hat mit meinen Erklärungen, mit den Übungen und gerne immer zwischendurch dann nochmal Rückfragen und so. Also, das Wesentliche einer uns zu ist die Fortgeschrittenheit. Die kann man nicht simulieren. Also, ich kann nicht einem Anfänger beibringen, Fortgeschritten zu sein. Also, durch jahrelange Übungen kommt man dahin, dann solche Bewegungen schön zu machen. Das kann man nicht simulieren. Dre, und zu. Rechts, links würde ich heranziehen. Also, man kann nur rechts heranziehen und man kann auch rechts, links, dann bleibt man auf der Mitte. Das ist bei den Fortgeschritten egal. Gleichzeitig die Arme heben und schon jetzt bin ich in den Knien leicht eingesackt. Dann würde ich einen Angriff, wenn ich das bunkernmäßig mache, von vorne abwehren, die Hände hier heben oder ich würde Tee trinken, wenn man das anders nimmt und wieder auseinander gehen. Ja, Stoß gegen den Gegner, Abwehr gegen den Gegner, das ist dann gleich. Dann die Bewegung, die Christopher sehr schön vorbereitet hat, also diese Fußbewegung gleichzeitig mit den Händen. Oh, schön, diese, keine Pistolenkräfte. Dann, das ist somit das Schwerste, aus dem Ellbogengelenk so eine Schlagbewegung. Also nicht nach vorne, nicht nach unten, sondern schräg nach unten. Aber locker, locker, patsch. Und dann wieder Ferse runter, linker Fuß vor. Das geht alles nur, wenn ihr auf dem anderen Bein im Gleichgewicht seid. Und diese Peitschenbewegung. Die Hände sind etwas außerhalb der Ellbogen. Und das dritte Mal. Ferse runter, rechter Fuß vor, Peitsche. Ich gucke mal, dass ich etwas zurückgehe. Gut. Die nächste Bewegung ist letztendlich nicht so schwer, wenn man sie richtig macht. Oder man muss geschmeidig da reinkommen. Ich mache es mal langsam vor. Rein, Zucki. Ja, also nicht hektisch in den Tattestuke, sondern geschmeidig. Und nach hinten, rein, Zucki. Nach links, vorne, rein, Zucki. Nach hinten, rein, Zucki. Das wird natürlich nachher sehr viel schneller gemacht, aber das Wesen bleibt gleich. Mawashi Giri mache ich jetzt nicht vor. Ich weiß, ich kriege es schon raus. Also ich gehe jetzt nicht runter, weil rechts mein Meniskus nicht in Ordnung ist. Also rechts ablegen, sodass ihr mit dem linken Fuß Mawashi Giri nach vorne macht, dann wenden auf den Punkt, also die Füße bleiben auf dem selben Punkt. Mawashi Giri und jetzt kommt das Entscheidende mit einer Stützbewegung hochdrücken in Kibadachi. Nicht wie ich alter Mann, sondern sportlich. Hier steht in Kibadachi, hat nach beiden Seiten Tattestuke gemacht, guckt nach rechts. Jetzt ähnlich wie in der MP, Füße zusammen, die Hände bleiben noch vorne und den linken Fuß nach vorne. Eine schöne Gegenbewegung. Die linke Hand diese kackige Bewegung und rechts unten abstützen und abwehren. Das Ganze noch einmal, also Fuß zusammen und mit der Vorwärtsbewegung des Fußes diesen Abwehrblock. Fragen dazu können wir gleich nochmal machen. Dann im Stand mit der linken Hand Heitoruke. Jetzt kommt diese wunderschöne artistische Bewegung Maigiri Sotoruke Yakusoki. Maigiri, mit Hilfe des Sotoblocks die Wendung, absetzen mit Yakusoki. Entschuldigt mal wackeln. Die Wendung. Heitor Mai Sotoyaku. Da guckt mal hin. Also ich mach das mal auf dem besungen Bein. Ja, dass ihr mit Hilfe des Sotoblocks diese Wendung hinkriegt. Maigiri jetzt damit kriege ich die Wendung hin und dann komme ich runter. Das ist das, worum es nachher also geht. Jetzt muss ich überlegen, wie rum ich stehe. Also wir stehen so herum. Rechts vorne. Dann den Fuß zurück. Da hat die Christopher aufgehört. 45 Grad der Blick. linker Fuß und Hand, rechter Fuß und Hand, nahtlos fortsetzen in diesen Ukisoki. Also aus dem Ellbogengelenk ein Schlag, ein Stoß. Also nicht so, sondern so. Das Ende ist aber zuckiartig. Nach hinten. 45. Oder auf dieser, das hat Christopher ja schon vorgemacht. das Umsetzen, da bei Abwehren, also hier mit Abwehren, mit der rechten Hand hier gegenschlagen. Sehr dynamisch. Jetzt wird schon wieder artistisch ein Maigiri Kekomi, ein Gedan, Maigiri Kekomi. Gleichzeitig die Hände an die Brust ziehen und gleichzeit die Kiyai. Jakusoki in der Luft und absetzen mit Zucki. Noch einmal, Fuß zurück, linke Hand ist oben, rechte Hand dazu. Kiyai, Jakusoki, Zucki. Drittes Mal. Linke Hand, diese Abwehr. Ja, die Abwehr geht hier, nicht da, da hoch. dazu Kiyai, Jakusoki. In Kibadachi mit Gedan Marai. Nach links rutschen mit Haidouke. Je nachdem, in welche Richtung man da abwehrt. Mit dieser offenen Hand wieder Gedan, Uke in Kibadachi. Rechts Haidouke und etwas reinrutschen mit Jakusoki. Kibadachi. Wendung, harte Stücke. Dann, Sprung, kann ich nicht vormachen, Torben kann das gleich mal vormachen. Also, rechte Fuß hochreißen, rum, bis das rechte Mann vorne ist. Kann man simulieren. Rechte Mann ist vorne, ich mache es schräg, beide Hände sind unten. Aufstehen, im Aufstehen, die Hände an die rechte, also, die Giacco, linke Fuß ist weiter vorne, die Giacco-Hand ist oben, rein drücken. Der Wechsel, die linke Hand geht hoch, der rechte Fuß geht nach vorne, die linke Hand ist an der Schulter, oben, rein. noch mal, ihr seid hier unten, kommt hoch, so dass die rechte Hand oben ist. Linke Fuß ist vorm, Stellung, Sanchindachi, also diese kurze, nach innen geräte Stellung. Ja, ein bisschen drücken. Der Wechsel, links oben. Das Ganze, so rum, da gibt es noch nichts. Wenn wir mit Adiunke, Jacke Sokikiai, uns zurück und ihr seid fertig. Gut, jetzt würde ich Fragen entgegennehmen, dann würde ich Christopher in Spotlight setzen lassen und Kommandos geben und dabei sehen, was ihr macht. habt ihr eine Frage? Ja, bitte? Ja. Welcher Stand ist vor dem Sprung? Du meinst vor dem, Sochindachi. Tate Stuke wird in der Regel immer mit Sochindachi gemacht. Ach. Aha, also man ist erst im Kiba-Dachi? Richtig, dann setzt du um in Sochindachi. Aha. Gute Frage. Macht man automatisch so, aber wenn man das nicht automatisch macht, dann ist die Frage gut. Danke. Wolf-Dieter, ich habe eine Frage. Ja. Ja. Vor der Technik, also vor diesem Tate Uke, vor dem Sprung, ist das ein Kagesuki oder ein Gyakusuki? Ein Gyakusuki. Geht über die Körpergrenze hinaus. Boah, danke. Schöne Fragen. Weiter. Wenn ihr keine Fragen habt, dann gebe ich Kommando und ihr guckt Christopher ins... Ja? Bei dieser Bewegung zum Schluss, auf welcher Höhe sind die Hände genau? Also von der Schulter, von der Schulter, gehen wir an die Schulter und da einfach direkt nach vorne. Aber wichtig ist, dass man so ein bisschen in die Mitte kommt. Ja, also von der Schulter, das ist ja seitlich, drückt man mittig rein. Genau. Und die untere Hand ruhig ein bisschen höher. Ja, ein bisschen. So etwa, genau. Okay. Und wie weit gehen die nach vorne? Na, dass der Ellbogen sich kaum löst. Okay. Aber, dass du von der Schulter her eben eine Bewegung hast, aber nicht nach vorne rein. Okay, danke. Ja, sieht man bei Christopher jetzt ganz gut. Wolf-Dieter, hier ist Michael nochmal. eine Frage. Man sieht dich ja. Alles klar. Wolf-Dieter? Ja. Eine Frage noch, nach dem Maigirike Komi, wie ist ja das Timing mit dem Gekuzuki? Ist der im Absetzen oder noch vorher? Hatte ich schon gesagt. Der Gekuzuki ist in der Luft, Absetzen tut er mit dem Eusuki. Was? Ich kann es auch gerne nochmal vormachen. Aber, der Gekuzuki wird nur, gar nicht bis nur ganz kurz beatmet, oder? Also kein richtiges ausgeprägtes Gekuzuki. Ich würde den Kiai praktisch mit den beiden Zuckis ausklingen lassen. Ja. Und dann setze ich ab. Okay. Also ich zeige es nochmal vor. Sieht man mich groß? Sieht man mich groß? Ja. Halb. Sieht man mich? Ja. Gut. Ja, also nochmal das Timing. Der Fuß muss so ein bisschen hoch gehen, so ähnlich wie bei der Bassadai. Also nicht so nach vorne, sondern von oben nach unten. Eins, zwei, drei, vier. Hi. Okay. Also der Trick ist, ist, dass man durch das Zurückziehen des Gekomi-Beins den Jacke-Sucki hinkriegt. Hi. Patsch. Patsch. Okay. Und wenn man den nicht ordentlich zurückzieht, dann fällt man runter. Weil man ja Übergewicht hat. Okay. Noch ein paar Fragen? Gut. Dann guckt ihr bei Christopher Abfalz. Ihr guckt und ich gebe Kommande. Ich habe doch noch eine Frage. Ja. Diese Thematik, wo ich stehe irgendwann mal so da, ja. Ja. Und dann ziehe ich heran, also umgekehrt. So. Und dann gehe ich ja hier rein. Ja. Ich habe vorhin, vielleicht war das an der Kamera, weil hier war der Arm fast gestreckt, hatte ich das Gefühl. Ja. Wie nah muss der sein? Ich habe immer so das Gefühl, so eine Faustbreite des Ellbogens vom Körper weg, ungefähr. Also letztendlich geht es darum, dass du ja mit dieser Hand innen in einen Zucki reingehst. Ja. Innen rein. Und wenn der Zucki kurz vor deinem Körper ist, kommst du da nicht mehr rein. Das heißt, du musst den Zucki etwas weiter vor dem Körper abwehren. Also ist das relativ, also der Ellbogen ist nicht gestreckt, aber es ist nicht so dicht am Körper wie bei den anderen Techniken. Rein. Ja. Okay. Und der Hinten. Okay. Ich habe in Erinnerung so ein bisschen eine Erklärung von dir, dass das eher wie so eine Nagashi-Bewegung ist. Also man kommt vorne an und zieht die dann mit der Drehung so ein. Also dass man hier so mit dieser... Torben, kommst mal rüber. Ich hole mir mal gerade meinen Bunker-Partner. Das heißt, das heißt, es ist im Grunde wie eine Uchi-Bewegung am Ende mit dem Blei-Linkel. Außen. Also guck mal her. Also wenn er hier steht, dann ist die Bewegung nur so, nur so, nur so. Und ihr seht, wie wenig der rausgeht. Wenn ich hier stehe, also nicht hier hin oder sowas. Also nicht so, sondern so. Ach genau, jetzt hast du aber so einen ganz kleinen Hauch eine Bewegung zu dir hin gemacht. Vorhin. Ja, also das ist sozusagen wie bei diesem Einrasten, dass das hier auch eben ist. In dieser Endphase... Du gehst zusammen, jetzt muss der rechter Arm sein und jetzt musst du ja hier irgendwie von hier aus, musst du ja irgendwie da rein. Ja. Also aber nicht bis hier hin und nicht bis dahin, sondern eben nur, um da ranzukommen. Wird das deutlich? Ich denke ja. So ein bisschen wie beim Kendo, die Spitze, die so ein bisschen zu dir hin und ein bisschen weg geht. Im Kendo heißt das Suriage, ja. Ja, es ist so filigran, wenig. Sehr filigran. Okay, danke. Sensei. Ja. Ich würde, ich würde das, also ich mache das so, dass wenn ich, sagen wir mal, die Leute nicht so fortgeschritten sind, auch weiter in der Mitte aushol, also fast schon wie Uchiduke, ja. Das heißt, je weniger fortgeschritten, desto mehr von innen und je fortgeschrittener, desto direkter nach vorne. Danke gerne. Vielleicht auch, weil du ja fortgeschritten eigentlich nur noch eine minimale Bewegung nach über innen brauchst, um da an dem Zuki vorbeizukommen und um das so zu verschulen für Leute, die das noch nicht so geübt haben, würde ich halt vielleicht etwas weiter innen ausholen. Wichtig ist mir, dass ihr versteht, dass es eben keine Bewegung von innen nach außen ist, sondern eine von unten nach oben mit dieser, sagen wir mal, Atmungsöffnung nach außen, wie, wie ich sage, so ein bisschen filigran. Nein. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal, ja, ich gucke mir euch an, wenn dann noch Fragen sind, nochmal. Also, Ausgangstellung, bitte wartet die Erklärung ab, bevor das Kommando kommt, rast nicht gleich bei der Erklärung los. Also, Re, Yoi, die Unzu wird ja mit einem S geschrieben, das S wird im Japanischen scharf ausgesprochen, nicht wie Z, also nicht und zu, sondern uns zu, mit einem scharfen S, also uns zu. Und zu. Yoi. Itch, das geht bis ans Kinn. Nee, und nahtlos eigentlich nach außen. Jetzt müsst ihr so ein bisschen in den Knien sein, ja. Und dann rechts vor, rechte Hand, itch. Dann der Schlag mit der rechten Hand, nee. links, itch. Nee. Rechts, itch. Ja, je tiefer ihr seid, desto schöner sieht das aus. Nee. Jetzt gebe ich mal ein Kommando für Tartistoke, Jacke, so die macht das ruhig langsam, also in den Tartistoke rein, wenn ihr am Ende seid, dann kommt der Zucki. Olli, 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 naja, Lauf, die Ellbogen mehr nach innen und die Hände mehr nach außen. Hände nach außen, ja. Tartistoke, Jacke, Soki, Itch, eins, zwei. Ja, entscheidend ist, dass dieser Übergang in das Kimme, weich, kommt aber mit Kimme Abschluss, es ist nicht nur Wischi Waschi und nach hinten, eins, zwei. Ja, Steffi, ein bisschen runtergehen, also Stefanie, müllte mal ein bisschen runtergehen in der Hüfte, nach links, eins, zwei, und ruhig bei dem Tartistoke die Hüfte weit hinten lassen. Und wieder, eins, nach hinten, zwei. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, weil ihr alle andersrum steht. Kommt jetzt der Mawashi, ich glaube ja nicht, war? Gut, also auf das rechte Knie oder den rechten Oberschenkel ablassen, runter, Mawashi, eins, genau, Klaus, ganz ruhig, und jetzt versuchen den gleichen Punkt, den der erste Mawashi getroffen hat, auch mit dem zweiten zu treffen. Also die Wendung, rüberlegen auf die andere Seite und der zweite. Jetzt sollten die Füße zusammen sein am Boden und mit möglichst einer Abstützbewegung in den Kibadachi. Kibadachi, eins, das ist wirklich dann sportliche Kunst. Wer das nicht kann, sollte die uns so nicht vormachen. Dann, also nicht im Wettkampf. Dann den Fuß zurück, nehmt den mal erstmal nur zurück. Eins, zurück, die Spannung erhöht sich dadurch und zwei, raus, linke Hand oben, rechte Hand unten. Schön, die linke Hand in der Flucht des Körpers und die rechte Hand, Frank, wenn die Kamera nicht zu sehr täuschen, vielleicht ein bisschen weiter nach außen. Und dann wieder Fuß zurück und rechts vor, zwei. Gut, im Stand mit links, Haitoke. Patsch, jetzt, ich sage es erst an, noch nicht mitmachen, damit ich gucken kann. Maigiri, dann beim Zurückziehen des Knies, den Sotoblock, absetzt mit Gyakusuki. Ne, Maigiri, Sotoblock, Gyakusuki. Ja, sah gut aus. Dann die Wendung wieder mit Haito, Ich, Wendung, Patsch und dasselbe mit der anderen Beine. Ne, Maigiri, Sotoblock und Gyakusuki. Und wenn ihr da in alle drei Bewegungen, Haito und Soto und Kimme reinbringt, dann ist die Bewegung gut. Fuß zurückziehen, Ich, am Ende der Bewegung guckt ihr nach links, 45 Grad. Der linke Arm geht hoch, eins, zwei, drei, links hoch, rechts hoch und absetzt mit, mit dem Ukosuki. Bitte mal ausführen, links, rechts, Olli, Geschmeidiger, du machst zu viele Bewegungen, ja, weniger Bewegungen. Also Christoph war das sehr gut vorgemacht. Ja, nur links hoch, rechts hoch, runter. Keine Zwischenbewehrung. Dann nach links, die Füße drehen am Platz, mehr nicht. Nach links Ukosuki, eins, nach rechts, zwei, gut, jetzt kommt das Umsetzen. Ich, linke Fuß setzt um, Sochinachi, Tati Stoke, als erstes stark von unten her gegen den Handball, nach oben, eins, die nächste Bewegung kann ich nur erklären, macht bitte noch nicht mit, Maigiri nach unten, Gekomi, dann das Knie hoch, noch nicht mitmachen, Christoph, dann das, das Knie hochziehen, dann im Absetzen, an die, den Giacke, im Hochziehen, zieht ihr die Hände an die Brust, dann, wenn das Knie oben ist, im Stand, den Giacke, so, im Absetzen, Zucki, macht einfach mal, ich gucke zu, und los. Hoch, runter, genau, Klaus, ohne Ausholbewegung vor dem Giacke Suki, ist klar, du hast vor dem Giacke Suki ausgeholt, noch mal zurück bitte, gucken wir noch mal an, also linke Hand, Tati Stoke in, in, Sochinachi, 1, Teisho, 2, Maigiri, Kiai, Giacke Suki, und Absetzen, das sah schon ganz gut aus, einmal noch mal zurück bitte, Tati Stoke, also soweit ich sehen konnte, ich kann nicht alle gleichzeitig sehen, sah das gut aus, und Hajime, 1, 2, 3, genau, ja, ihr merkt, dass wenn die beiden Zuckis Kime haben, dann habt ihr einen guten Verlauf gehabt, wir stehen rechts vorne im Zucki, 45 Grad, rechts vorne, Steffi, du stehst mit dem falschen Fuß vorne, okay, Wendung nach links, in Kibadachi, Gedanbarai, Ich, nach links, um den linken Fuß herum, Kibadachi, Gedanbarai, dann nach rechts etwas rutschen, linker Hand, Jordan, Haisho Uke, Ich, je nachdem wo die Treffläche ist, Haisho, oder Haisho, dann mit der offenen Hand, wieder Kibadachi, mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne, Nee, rechts, Abwehr, Jordan, und hereinrutschen mit dem Yaku Suki San, etwas rutschen, jetzt kommt die angesprochene Umsetzbewegung, in Sochi Naci, linker Hand, Tate Sturke, Ich, umsetzen, jetzt kommt der Sprung, das könnt ihr im Stand wie eine Pirouette drehen, bis der rechte Fuß vorne ist, Ich, bis der rechte Fuß vorne ist, links hinten, Hände tief am Boden, macht mal jetzt bitte das Aufstehen, der linke Fuß ist vorne, aber die Hände bleiben an der Schulter, also aufstehen, aufstehen, linker Fuß nach vorne, Hände an die Schulter, so, das Ende der Fußbewegung ist dann der Druck, also immer erst die Ausfuhrbewegung, dann das Ende der Fußbewegung in den Druck, linke Fuß ist vorne, jetzt, der Wechsel der Hände, so, dass die linke Hand oben ist, und der rechte Fuß geht nach vorne, Atmung, Hände, die Aussetzbewegung des Fußes, die muss man nachher zusammen kriegen, ohne große Bewegung, in den Agurke, eins, nach hinten, Agurke, Giacke Suki Kiai, tief und rein, und den Fuß zurückziehen, geschmeidig, und Yame, Naure, gut, bisschen durchatmen, Fragen, also, wie gesagt, das Problem ist, wie meistens bei den hohen Katern, nicht der Ablauf, den kriegt man ja irgendwie rein, das Problem ist, dass diese Bewegungen ein Niveau haben, und das kriegt man eben nur durch, Üben, durch Üben mit einem Partner, der einem das so vormacht, dass es harmonisch aussieht, dass es geschmeidig aussieht, gute Fragen sind bei dem Kiai mit dem Fußtritt, wie ist da der Rhythmus, wann ist der Giacke Suki und solche, das sind wichtige Sachen, wenn man die falsch macht, kommt man natürlich nicht weiter. Okay, dann würde ich jetzt nochmal mit weniger Erklärung geben, wenn ihr völlig durcheinander seid, dann hört entweder auf und guckt bei Christopher zu, oder ihr reißt die Hand hoch, ich sehe da, was da los ist, und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Okay, ich gucke mir gerade nochmal an, welche Ansicht, das ist Christopher, gut, alles klar, wenn keine Fragen sind, dann geht es los. Okay, Re, joi, nicht erst den linken Fuß weg, Imke, erst den rechten weg, ja, erst rechts, und wenn du den linken auch setzen willst, weil du nur halb gehst, dann erst rechts, dann links, okay, gut, und so, und so, joi, rechte Fuß heran, gleich in die Knie gehen, itch, nein, Klaus, nur die Arme heben, nie, auseinander, rechts vor, sowohl diese Fußbewegung, als auch das Runterschlagen, itch, Fuß, und schlagen, weil das gehört zusammen, nie, linker Fuß, und schlagen, rechter Fuß, rechts vor, Stefanie vielleicht ein bisschen kleiner stehen, immer daran denken, dass die Hände weit außerhalb der Ellbogen sind, dass die Ellbogen schön am Körper bleiben, nach links, Tate Sturke, Giacke Suki, itch, nach hinten, nie, nach links, san, nach hinten, schi, absenken für den Mawashi, itch, runter, Mawashi, Frank Kuli kann das natürlich im Stand, mal, Frank, versuch mal den Mawashi im Stand zu machen, einfach ein bisschen Mawashi, ja, einfach so, und dann mit dem anderen Bein, nie, genau, dass du einfach das Gefühl hast, so, Kibadachi hochkommen, itch, schön tief, bei dem Fußwechsel tief bleiben, zurückziehen, itch, und vor, und vor, gut, rechte, linke Beine ist vorne, dasselbe auf der anderen Seite, nie, Fuß zurück, Füße zusammen, und vor, ja, das sind dann fortgeschritte Bewegungen, wo Spannung da ist, und so weiter, Olli, wenn die Kamera nicht täuscht, müsste deine rechte Hand ein bisschen weiter nach außen, aber es kann sein, dass der Winkel mit der Kamera täuscht, gut, dann im Stand, Heito mit dem linken Arm, itch, maigiri soto gyaku, nie, maigiri soto gyaku, Wendung, Wendung, Heito, nie, san, maigiri soto gyaku, Fuß zurückziehen, 45 Grad links, 1, 2, 3, itch, nie, san, ja, sind alles kleine, angedeutete Bewegungen, bis auf die letzte Bewegung, die dann eben kümmern muss, ohne die Füße zu versetzen, nur durch Drehung, links, rechts, und nie, links, rechts, ja, da muss der, wenn ihr die erste Linksdrehung macht, darf natürlich der Arm nicht mit rausgehen, sonst kriegt das nicht hin, sondern der Körper dreht sich unter dem Arm durch, und dann kommt aus der Ellbogen der Schlag, Christopher mach mal vor, geh mal rechts vorne, guck mal bei Christopher zu, ja, nochmal, lass mal den Arm bei der Wendung dran, sodass der zu weit nach links außen geht, also, Arm an die Hüfte, jetzt geht der Arm zu weit raus, jetzt kriegt er das nicht hin, also der Arm, der muss praktisch an eurer linken Seite außen bleiben, damit ihr da diesen Uke-Suki reinkriegt, wir stehen im linken Fuß vorne, Uke-Suki, vor dem Umsetzen, vor dem Umsetzen, linker Arm vorne, Essie, linker Arm, wir stehen in der dritten Bewegung, ja, rechter Arm ist das, nein, der linke Arm soll vorne sein, vor dem Umsetzen zum Tate-Stoke, wir haben die drei Bewegungen, ach so, ja, sorry, mein Fehler, ja, alles klar, okay, umsetzen, und dann den nächsten Ablauf alleine, nee, eins, zwei, drei in der Luft, vier, ja, gut, da ich diesen Hinweis mit dem Knie hochziehen, kriegt er den Giyakusuki gut hin, Wendung in Kibadachi, links, Heito-Jodan, nee, Wendung in Gedan, Heito-Gedan, Heito-Jodan, rechter Arm, knee, nachsetzen mit Giyakusuki-San, umsetzen, links Tate-Stoke, Heito-Jodan, Heito-Jodan, und der Sprungschritt, Heito-Jodan, bis der rechte Fuß vorne ist, und jetzt ist die Koordination zum Aufstehen wichtig, Heito-Jodan, Fuß heran, dabei ausholen, linker Fuß vorne, rechter Arm in Giyaku-Position, oben, und dann wechseln, rechter Fuß nach vorne, linker geht an die linke Schulter, ja, wir sind mit dem rechten Fuß vorne, Olli und Stefan, genau, und die Wendung, Aguke, Schnee, und Kiyai, und Jami, schön die Spannung halten, und öffnen, Naori, und Re, gut, jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal in Sequenzen zu üben, oder ich hätte die Möglichkeit, mit Torben noch einmal die ganze Karte, einmal mit Bunker durchzugehen, was hättet ihr gerne, wer für Bunker ist, bitte den Daumen heben, wer für Üben ist, okay, es ist halbe halbe, also, dann mache ich einfach mal so fünf Minuten, so einen Schnelldurchgang Bunker, Torben, ich müsste in Spotlight, gut, also, wenn ich, gehen wir da hin, wenn ich hier, ach so, er greift mich an, ich wäre hier ab und ziehe ihn, das wäre eine Bunker für die erste Bewegung, oder, mich greift einer von da mit rechts an, ich stehe hier, und ich gehe hier rein, ja, als Gegenangriff, so, wie gesagt, ich gehe relativ schnell vorwärts, dann greift er mich da mit links an, ich stehe also hier, gut, er greift an, ich mache mit hier die Abwehrbewegung, mit hier einen sogenannten Aschigake, also diese Bewegung, ja, also, diese Bewegung, ich ziehe dabei den Fuß nach vorne, dadurch ist er da unten, und ich kann hier reinstoßen, man kann wirklich, dass man das sieht, also bis hierhin ist Freundschaft, okay, Dankeschön, das mache ich alleine, also, hier rein, und das Ganze, bis ich hier stehe, dann greift er mich an, mit rechts, also, warte mal von hier, sieht man das besser, rein und zucki, rein und zucki, das auf vier Seiten, so, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mal mal waschen hinkriege, er steht rechts vorne, er steht rechts vorne, also, ich stehe ja hier, jetzt gehe ich hier auf das Bein runter, nein, du stehst da drin, achso, ich stehe hier runter, und trete hier, mal waschen hier rein, dann wende ich auf die andere Seite, und trete hier, und wenn ich so hoch komme, ich das eben hier, alles klar, so, dann werde ich irgendwie angegriffen, und stehe auf, um hier mich zu wehren, gehe mal hier rechts, bleibe mal mit links an, zu schräg, sieht man das besser, links, da hier rein, na, dann macht der Gakusuki, kann ich hier abwehren, und dann kommt hier der zweite, genau, dann hier Schlag, Maigeri, dann Abwehr, und, Maigeri, ja, mit die Abwehr, und hier der Gakusuki, kann man im Buch halt kaum erklären, also, ich mache das mal hier, rein, ich sage, rein, Maigeri, dann hier ein Abwehrblock, gegen neun Gegner, drei, das ist ganz gut zu erklären, du greifst, erst steht jemand, Kamerai, ich stehe hier, eine Erklärung ist einfach, du machst gar nichts, ja, also, täuschen, oder, abwehren, er macht zwei Zuckis, Jordan, eins, zwei, das ist Uki Zucki, Uki Zucki, da hinten kommen noch so ein paar böse Buben, gut, er macht rechts, also, okay, abwehren, armhebel, Finkui, zwei Dinger, nochmal, gut, nochmal, okay, die nächsten Teilen brauche ich zu erklären, ein Gena-Marei, ein Haischukke weiß jeder selber, Giacke Zucki, dann, übrigens, Eusuki, ja, hier die Abwehr, dann wahrscheinlich, Mikazuki Gere, und wegtauchen, so, jetzt greift er mit links Jordan an, hier gehe ich raus, und da rein, da rein, und dann soll er auf der anderen Seite Schritt zurück, und andere, hier rein, und dann, ah, du Giacke, so gebrauche ich, glaube ich, nicht so viel Bunkheit zu machen. Warte mal, war das gut? Oder war es zu schnell, oder zu undeutlich? Wer es gut findet, hebt den Daumen, uiuiui, wenige Daumen. Christopher, was hast du auszusetzen? Erstmal suche ich den virtuellen Daumen, das dauert ein bisschen bei mir. Alles klar. Ich hätte aber zu der letzten Anmerkung, weil ich finde bei, also du machst ja diesen Block sehr direkt, ja? Ja. und ich kenne noch so aus Nisushir, dieses quasi mit der einen Hand locken und übernehmen, ich finde das im Bunker schön, weil man das relativ selten macht bei uns im Shotokan, wir machen ja relativ viel 1, 2, ne? Also ich soll das nochmal zeigen. Nein, ich wollte nur sagen, mir gefällt diese Bunker-Version nicht so gut, weil ich das mit dem Übernehmen von der Hand schöner finde, weil das mehr so dieses so ein bisschen klebende Hände ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Ist aus der Erfahrung heraus, wenn ich das so wie du erkläre, wissen die hinterher meistens gar nicht mehr, was sie machen sollen. Aber im Prinzip ist es halt so, okay. Ja, ich stehe hier, dann wäre ich hier ab, dann übernehme ich diese Hand, ziehe sie runter und dann kommt der Gegenangriff. Gerne. Also im Ideal-Training würde ich das dann vielleicht auch mal in der Richtung noch mehr machen. Noch etwas, eine Frage von Leuten, die die uns so vielleicht auch trainieren oder so. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir sie jetzt einfach einmal mit Kommando. Wenn man den Sprung trainieren will, Sensei. Ich soll den Sprung trainieren? Nein, wenn man ihn trainieren will, so in unserem... Also, der Sprung, den guckt man sich am besten mal bei Wettkampfvideos an. Die springen so, dass sie hochspringen, sich zusammenballen wie eine Kugel. Dabei drehen und dann wieder die Beine ausstrecken. Dann schaffen sie das. Und wenn man das irgendwie so mit Mikazuki-Geri und Ushiro-Geri oder so macht, schafft man das sowieso nicht. Also, wenn du ihn wirklich trainieren willst, Christopher, kannst du ihn vormachen oder lieber nicht? Ja, doch, doch. Ja, dann zeig ich mal. Zeig ich mal. Von vorne? Ja, einfach nur den Sprung. Einfach ist egal. Nur, dass man sieht, wie du springst. Also, ich springe eigentlich, ich springe ein bisschen so ab. Ja, also, gesehen, Frank? Also, ja, es geht eigentlich nur darum, um diese Zusammenballung, nur sonst kommt man nicht rum. Und es gibt noch eine andere Variante, aber die finde ich schwieriger. Die hat sehr viel Drall. Da springst du so ein bisschen nach da ab und so rum. So ein bisschen wie ein Straddle, wer mal leichtathletisch gemacht hat. Ja. So, ja, und dann so rum. Ich springe eher den Fosbury Flop. Ja, ich mache ja Tulup. Okay. Eingesprungene Doppelachse. Aber dazu eine Frage, Sensei, weil wir hatten es mit Oli letztens auch diskutiert. Wenn man jetzt, sagen wir mal, aus Knieproblemen und so heraus, Ja. Ja. Deine Verbindung mit Springen, finde ich es eigentlich sehr schön, wenn man diese Mikasuki-Geri, Ushiro-Geri-Variante trainiert, ja? Bevor man quasi einfach nur rumläuft. Du, wenn ich die Kata vorführen müsste, würde ich auch springen. Nur, wenn du fünfmal gesprungen bist, ist das Knie am Arsch. Deswegen übe ich das auch gar nicht so sehr. Beziehungsweise macht die Kata dann auch nicht vor, weil ab irgendeinem gewissen Alter oder einer gewissen Entspannung der Kniegelenke ist das ein schlechter Sprung. Aber spricht was dagegen dann Sie mit der sozusagen Deine Verbindung mit Sprungen, aber ich mache es mal vor. Ja. Du sagst, ich trainiere Mikasuki-Geri, drehe Ushiro-Geri und gehe dann runter. Ja, mach mal vor. Oder trainiere ich da wenigstens irgendwas mit Tränen. Mach mal vor. Ja, das meine ich falsch. Eins, drehen, zwei und runter. Nein. Weil dein Fuß ist bereits am Boden, da brauchst du kein Ushiro-Geri mehr zu machen. Also, wenn du das gleichzeitig machst, ja, aber nicht eins, zwei. Warum? Naja, weil das ja eigentlich ein Sprung ist. Und in dem Sprung machst du nicht zwei Teile hintereinander, sondern du springst praktisch rein. Also, du müsstest dich an dem Arm festhalten. Aber... meine Idee wäre sozusagen gegen... Also, können wir beim nächsten Lehrgang mal als Bunkai machen. Wäre sozusagen den einen Gegner abwehren. Ja. Mikasuki-Geri als Gegenangriff, ja. Und dann drehe ich mich quasi zu dem anderen. Also, als Bunkai kannst du... Als Bunkai kannst du es gerne machen. Abtauchen als Gegenangriff. Ich würde es nur nicht als Vorlage für einen Cuttersprung nehmen. Okay. Da würde ich einfach das Abspringen, drehen und wieder Strecken nehmen. So wie das... Ich glaube, ihr redet gerade aneinander vorbei. Christopher sagt, wenn du nicht springen kannst, weil deine Knie, was auch immer, das nicht mitmachen, dass man ersatzweise, um eben nicht einfach nur sich dröge zu drehen, dass man dann eben macht, Mikasuki-Geri, Ushiro-Geri abtauchen. Einfach als Ersatz des Sprungs, für den, der nicht springen kann und dem es zu dröge ist, einfach nur zu drehen. Das war, glaube ich, Christophers Intention. Okay. Ich versuche das mal vorzumachen, so wie ich mir das vorstelle. So wie Christopher das macht, würde ich das nicht empfehlen. Moment. Als Cutter. Warte kurz, bis ich dich im Spotlight mache. Sag Bescheid, wenn ich im Spot bin. Ja. Okay. Okay. Imke, wenn ich mir jetzt das Knie breche, musst du vorbeikommen. Alles klar? Gut. Also ich würde, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich würde es eben so machen. Ja, und dabei den Fuß raus. Das kann ich nicht mal, dass ich dann aufs rechte Knie falle. Aber das wäre für mich die Drehbewegung. Von hier aus eben drehen und dann eben so landen. Aber nicht erst Mika und dann der Schiro. Nicht für die Cutter. Bunker gerne. Okay. Weil ich. Okay. Gut. Noch eine Frage? Also, einmal, ja. Ich sehe noch ein paar fragende Gesichter. Wollt ihr noch eine Frage stellen? Christopher, frag ruhig, trau dich, Mensch. Ich sehe das doch dein Gesicht an. Ich habe keine, nein, ich habe keine Fragen. Ich habe nur den Chat weggedrückt. Okay. Dann bitte einmal mit Kommando, einmal ohne Kommando und dann gehen wir an Tabata. Also, jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf Rhythmus, also nicht ganz so viel mit Erklärung, welche Technik. Versucht mal mitzukommen. Füße zusammen, Re, Yoi, Unzu, Yoi, Ich, Ni, Sam, eins, zwei, eins, zwei, Shii, eins, zwei, Go, Go, Ich, eins, zwei, Ni, San, Shii, Go, schön ruhig runter, Shii, andere Seite, und langsam aufstehen, Hatsch, hochkommen, auseinanderdrücken, Fuß zurück, wechseln, Ich, Ni, Im Stand, Ich, Ni, Maigiri, Soto, Gyaku, Wendung, Ich, Ni, Mai, Soto, Gyaku, San, Aufstehen, Ich, Ni, San, Ich, Ni, San, Shii, Go, eins, zwei, Ich, umsetzen, den ganzen Ablauf alleine bis zum Zucki, Shii, zwei, ja, gut, wie gesagt, das Kriterium, wie gut ihr das könnt, ist das Kime, ja, dann Kibadachi, Ich, nach links rutschen, Ni, nach links, Ich, die Wendung, oder rechts, je nachdem, wie man das nennen will, dann nach rechts, Ni, San, Heito, Gyaku, umsetzen, Ich, schöner raus, Ni, wie auch immer ihr umspringt, Ni, linker Fuß vor, rechte Hand, den Gyaku oben, San, rechter Fuß nach vorne, linke Hand oben, Shii, Go, Agyuki Gyaku, Siti, Ni, Yami, Yami, Nauri, Bus, Fragen, noch was eingefallen? ich würde gern noch was fragen die handstellungen bei diesen immer wenn man die arme bei macht ja am anfang die fäuste zusammen am anfang ist hast du faust ach faust ja dann erst werden das gehen die hände auf ja das ist anders als in der große show oder da wo du ja bei dieser bewegung die hände offen hast hier sind es fäuste ja 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 und in der mitte wenn man nach diesen maigiri so drucke kombination aufstehen auch wieder fäuste und dann erst gehen die hände auf und am schluss nach dem sind das wieder fäuste immer fäuste ja immer fäuste okay super michael ja ich würde ich oder christoph die letzten techniken diese in dem sanschindatsch dafür das timing zwischen händen und füßen das einfach noch mal so zu sehen wie es sein soll okay ich zeige das einmal vor seitlich in der kamera und dann zeigt christoph hat es noch mal als ganz körper also bei mir nur den oberkörper ich gehe ein bisschen näher ran bin ich da bin ich okay also du bist ja so gelandet und jetzt machst du ungefähr klar geworden stehe ich zur kamera gut ich kannst du mal so machen also so bin ich gelandet dann komme ich hoch wichtig ist mir das praktisch die senkt schritt bewegung mit den händen zusammenkommen also ausholen etwas früher anfangen jetzt beginnt der fuß jetzt gehe ich ja danke gut christopher machst du noch mal vor kannst ja auch vielleicht auf die kamera zu machen also halbschräg oder so okay also die koordination aushol bewegung schritt vorsätzen drücken das sind die drei teile die so zusammen geschmolzen werden noch eine frage genau bei der stelle ja die hüfte macht da ja auch etwas die drückt praktisch mit oder wenn also die richtig kennt das ja aus dem aus dem wozu ski aus der aus dem wozu rio die hüfte macht praktisch so eine atmungsbewegung nach oben so ähnlich wie bei der fortpflanzung kennst du das noch also die hebt sich so ein bisschen so was bis nicht im bild aber okay aber hier ja 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 die stelle meint er ja 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 vorgemacht weil du klein warst ach so ja alles klar am bauch zusammenziehen sozusagen einfach druck nach vorne ausüben aus dem unterbauch also unterhalb des gürtels dankeschön gerne noch eine frage gut letzte katta aufstellen also ohne kommando jeder selber wer rauskommt guckt einfach zu und zu und zu hajime und dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wenn ihr mal die Füße zusammen nehmt, ihr kennt ja die Übung, Füße zusammen, dann vorne die Zehen auseinander, dass die Fersen sich berühren, dann die Zehen bleiben stehen, die Fersen gehen raus und jetzt auf die Linie der Zehen den Fuß nach vorne. Das ist Sanchindachi. Und das ist ja eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Stellung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht, dass da nur noch drei Leute sind. Nach dem Abwärmen, ich finde es sonst unhöflich. Ja, gerne. Von mir aus gerne. Nach dem Abwärmen. Ja, alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Gut. Schnell oder nur stark. Schnell oder nur stark. Schnell und stark. Ja. Dann sind 20 Sekunden lang. Das Zweite, das Gleiche mit Yakuzuki. Eins, zwei, drei, vier, vollgas. Okay. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir Keri. Beginnen mit dem Linken. Mayashigeri. Mayigeri. Ashigeri. Mayigeri. Da sind wir vorne, hinten, vorne, hinten. Dann. Dann vierten Durchgang umgekehrt. Fangen wir rechts an. Ja. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Ja. Okay. Fünfte. Haben wir vorhin auch schon gemacht. Agokigyakosuki. Aber diesmal nach vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Das Gleiche mit Uchiruka. Auch nach vorne jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Schön dynamisch. Sieben und acht. Ist dann wieder links vorne. Mayashigeri. Hinteres Bein. Mayashigeri. Immer im Wechsel. Ja. Zwanzig Sekunden. Wer das nicht kann, wegen Hüfte oder Beschwerden, macht nochmal Mayigeri. Gerade. Macht das so, dass euer Körper das hergibt. Das heißt, wenn ihr nicht so hoch kommt, nicht so dynamisch, dann macht es ein bisschen langsamer. Ist egal. Aber macht mit. Bewegen. 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 Zwei Sätze. Also. Achtmal. Zwei Minuten Pause. Nochmal achtmal. Ich sage jedes Mal in den zehn Sekunden Pause die nächste Technik nochmal an. Also ihr müsst es jetzt nicht auswendig lernen. Okay. Macht euch bereit. Zehn Sekunden haben wir dann, um zu starten. Gehört das hier mit meinem Wecker, das Gebimmel. Und dann hört einfach auf meine Kommandos. gut. In zehn Sekunden geht's los. Oizuki im Wechselschritt. Fünf noch. Und los. Pause. Und Pause. Yakuzu-ki im Wechselschritt. Noch fünf Sekunden. Noch fünf Sekunden. Okay. Links vorne. Mayashigiri. Hinterrissbein. Mayashigiri. Immer im Wechsel. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Power. Okay. Rechts vorne. Das Gleiche. Noch drei. Und los! Los! Okay. Agungi-Gyakosuki-Wechselschritt. Los! Hochi luki-Gyakosuki. Nicht nachlassen. Okay, linkes Bein vorne, Mai-Mawashi-Geri-Mawashi-Geri. Wer es nicht kann, Mai-Mawashi-Geri, okay, Mawashi, und wer es nicht kann, Mai-Geri. Okay, rechts vorne, Mawashi-Geri, wer es nicht kann, Mai-Geri. Okay. Okay, zwei Minuten Pause. Wer will kurz unter das Sauerstoffzelt, den Aufrang. Mach mal halblang, Alter. Ach, das heißt, du bist anstrengend, aber jetzt im Training nicht. Ich kann mich nicht richtig bewegen, ich kriege den Kopf nicht nach rechts. Was hast du gemacht? Verlegen, irgendwie verlegen. Die ganze Seite ist irgendwie so. Das passiert, wenn man bei der Arbeit einschläft. Genau. Aber eigentlich hätte ich dann hier so im Hinterkopfbereich Probleme haben müssen. Weißt du, nee, Stirn auf, die Katte fällt dann. Okay, noch 45 Sekunden, liebe Leute. Und dann wollen wir noch mal ein richtiges Set raushauen, okay? Richtig Gas geben, jetzt nicht nachlassen. Gerade so, die, die jetzt vielleicht nicht so viel Präsenztraining haben, die vielleicht jetzt gerade jetzt, könnt ihr euch mal wirklich ausbauen. Hauptsache, den ganzen Scheiß, der in euch drin ist, raus jetzt. Diese, der Unmut, der Ärger war alles. Hauen wir ihn raus. Jetzt Vollgas. Danach Sauerstoffzelt, schlafen gehen, alles gut. Oder Bier trinken, schlafen gehen. Wir sind ja in Bayern hier. Okay, 15 Sekunden noch. Gehen wir los mit euch Suki im Wechselschritt. Noch 10. Lachen nicht vergessen. Und los. Okay, Yakuza im Wechselschritt. Achtung. Okay. Okay. Vor das Bein, Mayashi Eri. Hinter das Bein, Mayeri. Immer wechseln. Andere Seite. Echt vorne. Echt vorne. Nicht nachlassen. Go, go, go. Okay. Aguke. Yakuza-Suki im Wechselschritt. Nach vorne. Kannst du bitte laut Jamme rufen? Er hat gar kein Kommando gegeben. Kommandos geben jetzt. Wir hören die Uhren nicht, du musst Kommandos geben. Okay. Drei Sekunde noch. Und Chirurgik, Yakuza-Suki. Nach 10. Und Stopp. Vor das Bein, Mayashi Eri. Hinter das Bein, Mayashi Eri. Das Bein, Mayashi Eri. Links vorne fängt an. Bitte mit Hajime und Yame, ja? Hajime. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Yame. Okay. Gleiches mit dem anderen Fuß. 5 Sekunden jetzt los. Hajime. Weiter. Kämpfen. Nach 5. Und Yame. Okay. Dankeschön. Ich übergebe am Steffi. Okay. So, wer eine Matte braucht, weil wir machen ein paar Übungen auf dem Boden, holt euch eine Matte. Also, wer es ein bisschen bequemer haben möchte. Direkter Übergang. So, möchte ich in Bewegung bleiben. Bitte nicht einfach nur stehen bleiben. Okay. Alle klar? Wir legen los. Und zwar, wieder mal locker wie am Anfang beim Aufwärmen. Erstmal ein bisschen schwingen. Und zwar, dass ihr auf dem Bein mit dem Fersen so leicht auf dem Boden aufstoßt. Das wird alles schön leicht angenehm durchgeschüttet. Leicht gebeugte Knie. Okay. Ihr beuchtet den Oberkörper ein bisschen nach vorne. Steht mehr auf dem Vorderfuß. Und trippelt jetzt mit den Hacken hin und her. Das lockert die Freimuskulatur. Okay. Und wir machen noch ein bisschen mit Atem runterpegeln. Ihr geht zur einen Seite, atmet aus. Geht hoch, atmet ein. Wechsel aus. Jeder seinen eigenen Rhythmus. Schön weit rüber gehen. Ganz ruhig, hektisch, sondern eher zur Endphase. Langsamer werden, Genuss vollstrecken und atmen. Okay. Wir gehen in die Grätsche, Beine leicht gebeugt. Also die Schikolatsch nach außen. Ihr stützt euch auf euren Knien auf und macht mit dem Po schön weit runter. Erstmal dieses gefühlte Hohlkreuz. Also Rücken schön gerade, Po geht nach hinten. So, Beinbeugung bleibt und es macht in dieser Position einen Katzenbuckel. Das heißt, das Becken kippt nach vorne und der Kopf zieht ein. So, und dann wieder zurück in die normale Position. Und nochmal hoch, rund machen. Ganz weit, besonders auch im unteren Rückenbereich rund werden. Und zurück. Und ran, rund. Das mag die Wirbelsäule und die umliegende Muskulatur sehr gerne. Und nochmal. Ein paar Mal selbstständig mit dem Rundwerden ausatmen. Gut. Wir machen gleich weiter. Gehen in den Senkoso. Die Ferse geht hinten hoch. Wir greifen auch wieder das vom Aufwärmen auf. Überspringen aber Position 1 und 2. Und gehen direkt runter mit dem Knie. Stützen uns auf. Und schieben jetzt das vordere Knie nach vorne. Das heißt, die Hüfte geht runter. Und ihr versucht aktiv, das hintere Bein zu entspannen. Also nicht gegen die Dehnung. Schön locker lassen alles. Lösen. Und nochmal. Und jetzt geht die Hand da, wo das Bein vorne ist, nach oben zur Decke. Und ihr dreht euch raus. Schön weit. Einmal zurückgehen. Bisschen entlasten auf dem Hüftbeuger. Und nochmal reingehen mit der Hüfte. Und hoch mit dem Arm. Tief atmen. Okay. Zur anderen Seite. Erstmal nur das Knie runter. Mit der Hand aufstützen. Stabile Position schaffen, sodass das hintere Bein sich wirklich entspannen kann. Hüfte hängt durch. Und noch mal. Und der Arm geht nach oben. Weit rein drehen. Beides entspannen. Und nochmal reingehen mit der Hüfte. Und rausdrehen. Okay. Wir gehen in den Vierfüßler. Machen die Katze. Arme nach vorne. Hintern, hinten runter. Langstrecken. Handkanten aufstellen. Und abwechselnd von links nach rechts wiegen. ganz langsam, mit Genuss. Mit Genuss. Weich dehnen. Mit viel Gefühl, was die Schultern und die Arme so brauchen. Okay. Ihr kommt wieder in den Vierfüßler. Wir machen nochmal den Katzenbuckel. Wir machen den Katzenbuckel. Also Katzenbuckel rund machen. Und gerade werden. Kopf geht zur Decke. Und im Wechsel. Das sollte für Frank mit seinem Nacken vielleicht eine schöne Übung sein. Wenn er denn überhaupt mitmacht. Das weiß ich gar nicht. Doch, macht er ja. Vor allen Dingen im Schulterhürde schön rausdrücken. Gut. Die Hände wandern bis knapp vor die Knie. Hinten stellen die Zehen auf. Wir setzen uns einmal auf die Ballen und biegen die Zehen um. Das können wir immer mal gebrauchen. Jetzt ein bisschen lösen. Und der Hintern kommt hoch. Die Beine nach hinten strecken. Fersen wollen zum Boden. Beine strecken. Hintern schiebt so weit nach hinten, dass der Kopf zwischen den Oberarmen hängt. Yoga-Übung. Der zu Boden blickende Hund. Für alle mit Rückenproblemen eine super Übung. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Leider. Okay. Beine beugen. Und nochmal strecken. Und beugen. Und strecken. Gut. Wir gehen wieder runter. und legen uns auf die Seite. Relativ bequem. Ziehen ein Bein an. Also das obere. Lehnen den Oberschenkel. So, jetzt machen wir das gleiche wie vorhin. Wir drücken erst einmal kurz in die Hand rein. Druck, Druck, Druck. Jetzt langsam lösen. Nie ruckartig, nicht stressen den Muskel. Langsam lösen und jetzt zieht ihr nach hinten. Wer mag, kann noch mit dem vorderen Fuß mit der Ferse nachhelfen. Mir persönlich hilft das, um sozusagen das obere Bein zu entspannen, stärker. Also ich habe da wirklich die komplette Beinmuskulatur locker. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Hand in den Fuß und erst einmal in die Hand drücken. Langsam lösen und Dehnung nach hinten ziehen, gegebenenfalls die Ferse dazu. Versuchen wirklich locker zu lassen, auch das Fußgelenk. Okay. So, wir sind faul, legen uns einfach auf den Rücken. Ein Bein streckt sich, das andere geht nach oben. Wer kann, schafft es. Also wer schafft, drückt das Bein ganz durch, muss er nicht. Die Fußsohle sollte zur Decke zeigen, also die Zehen zu euch hin. Die Hände umfassen unterhalb der Kniekehle und ihr zieht das Bein zu euch ran. Ganz ruhig und tief atmen. Auf die Dehnung konzentrieren. Okay, bisschen lösen. Drücken und das soll aber nicht sein. Okay. Wieder geht die Fußsohle zur Decke und ihr kippt den Fuß wie zum Hypo Geri. Die Fußkante zeigt zur Decke. Jetzt kippt der Fuß mit der Fußfläche auf die andere Seite rüber. Wieder in den Bauch atmen, lockern lassen, den Schmerz hinnehmen. Okay, das untere Bein stellt sich auf. Das Fußgelenk geht oberhalb des Knies auf den Oberschenkel. Knie zeigt von euch weg. Und ihr zieht den unteren Fußrand oder das untere Bein und umfasst und zieht das Fußgelenk des gebeugten Meins zu euch hin. Also Füßt ihr zum Hintern in die Rückseite vom Oberschenkel ziehen. Auch wieder für alle Rückenkranken. Eine sehr schöne Übung. Wo auch Leute, die Hüftprobleme haben. Okay. Das andere Bein geht zur Decke. Fußsohle zeigt nach oben. Schön halten, entspannen. Immer wieder auf den Unterbauch achten. Muskulatur soll locker sein. Das Einzige, was arbeitet, ist der Beinstrecker. Und die Arme, die das Bein ranziehen. Und die Schienbeinmuskulatur von dem ranziehenden Fuß. Also die Oberseite arbeitet, die Rückseite wird gedehnt. Die Arme fixieren. Okay, leicht lösen. Und die Zehen gehen nach oben. Safe atmen. Und wieder die Fußsohle. Fuß kippt, Fußkante nach oben. Und zur anderen Seite rüber kippen. Innenbauch atmen. Ich erinnere gerne wieder daran. Unserer Fuß stellt auf. Fußgelenk legt sich oberhalb des Kniees ab. Einmal unten durchgreifen. Und ranziehen. Entweder fasst ihr nur am Fußstenkel oder sogar bis an die Schienbein durch. Schön locker lassen. Immer wieder dran denken. Und lösen. Wir drehen uns auf die Seite. Kommen langsam hoch. Einmal in den Stand. Kreislaufdruck, das wird jetzt schon mitmachen. Weil er sich ja auch geholt hat. So, Schultern kreisen. Mal die Hände auf die Ellbogen und die Kreise ganz groß machen. Und andersrum. Jetzt mal so ein kleines Vögelchen. Vorne zusammenklappen. Buckel machen. Auch hier unten wieder anspannen. Alles frumm machen. Nach vorne und dann nach oben aufrichten. Schulterblätter zusammen. Das in Wechsel. Nicht hektisch. Ganz ruhig. Immer vorne so ein bisschen verharren. Und hinten auch. Das macht ihr richtig schön. Okay, die Arme schwingen locker. Nur schwingen, die nicht kreisen. Jetzt mal so ein bisschen runterschlagen. Okay, ein Arme geht nach hinten. So, wieder den Zug hinten. Wer das intensivieren möchte, der kippt zur Seite. Ja, Frank geht nicht, ne? Glaube ich wohl. Kannst ja irgendwas anderes machen. Und die andere Seite. Okay, wieder locker. Und einmal vorne. Und wechseln. Okay, Handfläche nach vorne. Und ihr zieht die Finger nach hinten. Unterarmuskulatur dehnen. Die Hand dreht um. Zeigefinger, Mittelfingerknöchel fassen. Der Daumen, der geht hier so in die Beuge rein. Die sind ja auch alle. Und die andere Seite. Einmal mit der Handfläche nach vorne. Und wechseln. Hände falten. Und einmal so schwurbeln. Schwurbeln. Jetzt nicht nur ganz. Auch bei der Gymnastik. Ich bin auch da. Gibst du Kommando, Olli? Gut. Okay. Grüße zusammen. Rei. César. Luxor. Okay. Moksoyami. Moksoyami. Senzenin. Rei. Ja, ich danke schön allen, die da mitgeholfen haben. Insbesondere Steffi, Olli, Christopher und auch Torben, der hier mir geholfen hat. Ihr seht hier, wenn das Studio nicht abgedeckt ist, ist es ganz schön unaufgeräumt. Deswegen hänge ich da mal was davor. Am 19. Am 19. Februar machen wir wohl den nächsten Online-Lehrgang als Ersatz für den Bonn-Lehrgang. Ich hoffe, dass da wieder einige dabei sind. Schreibt gerne an Olli oder auch an mich per E-Mail, wenn ihr irgendwie was geändert haben wollt. Wir entwickeln uns ja mit euren Rückmeldungen. Das hat ja sogar schon während des Lehrgangs geklappt. Oder, dass ihr Wünsche habt, was da gemacht werden kann. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bleibt gesund. Und wir sehen uns hoffentlich bald irgendwann auch live wieder. Namaste. Tschüss. Arigato goza namasta. Bis allerseits. Dankeschön. Servus. Servus. Schön, Stefanie, dass man dich mal gesehen hat. Du solltest mal deine Datenprüfung machen.